Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellblade. So, ich habe das Rätsel endlich gelöst. Wie ihr hier seht, musste man anscheinend... Das hier... Ah, genau, man kann es fokussieren. Okay. Dann gehen wir doch mal zum Haus, würde ich sagen. Ja, gewusst, irgendwas muss ja da oben sein, weil umsonst hat man es ja hier nicht mit den Ansichten freigeschaltet. Somit müssten wir jetzt eigentlich dort hineinkommen. So, ich bin ja gespannt, was uns in dem Haus erwartet. Hier haben wir mal keine Dunkelheit. Okay, hier sind wieder Zeichen. Okay, hier sind wieder Zeichen. Wo ist er? Find ihn. Du musst ihn finden. Der Ruhm. Focus. Da war ein Nordmann, der Grettier. Big, red-haired, immensisch stark. Aber er hat Angst, dass er der Schmerz hat. Es passiert, eine Nacht, dass ein unendet creature kam zu seinem Haus, um ihn auszulegen, in der Schmerz zu töten und zu töten ihn. Er resistete mit jeder oz. Er ist ein Schmerz. Er ist ein Schmerz, aber es gab, und sie schlangen aus dem Haus, und die Monster schlug zurückkehren. Und die Moin schlug auf den Schmerz, die Schmerz schlug auf ihre Gesichter. Grettier, terrified, cuts auf seinen Händen, aber er ist ein Schmerz für immer. Von dem Moment auf, wo er, wo er bei uns, er würde sehen, die schmerzen Augen, die stürmde. Dillian! Sie kommen für mich! Dillian! Du kannst du Dillian hören. Es ist Dillian. Geh zu ihm. Dillian. Er versucht zu schnauern... Es ist. Es ist nah. Es ist nah. Run! Ich weiß nicht, wie ich hin muss. Ich weiß nicht, wie ich hin muss. Kannst du ihn hören? Du bist verloren. Du musst sie finden. Wo bist du? Du bist verloren. Wo sind sie? Es sieht gleich aus. Boah! Ich muss ja viel schneller sein. Hmm... Ich wundere mal, dass es so nacheinander kommt. Was? Was? Walk. Footreif. Follow? Find. You've got them. You have them. Where's the door? Find a way out? Get out. Run. Run. Don't let it see you. Don't let it see you. It's coming. Move away. Run. Run. Run now. Where are you? Okay, das letzte Zeichen. Ich habe wirklich einen Planen, wo er jetzt hin muss. Ich muss irgendwie wieder zum Anfang zurück. Okay. Okay. Alter, schuld. Ich wubbel mal die Kamera weg. Sanu! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they ghosts? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Yes. Let them see who you really are, like I am. You're not a monster. Okay. Damit müsste die letzte Prüfung geschafft sein. They don't kill you. Yeah. Ich könnte jetzt normalerweise das Schwert da oberen rausziehen, oder? Was ist das? Wenn ich schon wieder hochkomme. Ich glaube, dass ich einmal komplett hier rumlaufen muss. Genau, wie ich sagen, gehen wir mal zu dem Schwert. Go back. Leave it. No. Er hat es hier. Er will mich zu nehmen. Du wirst ein Preis für das. Aber Jahre später, mit Zinbel's Worten, die sie noch schützend. Die Schmerzen kam zurück mit einer Vengeance. A Plague. Timian. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Timian. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. Hold your heavy strike. Hold it. Hold your heavy strike. Hold it. Hold it. Unleash the sword. You must remember. She can remember. She can remember. She can remember. Excuse me. I knew it. Our focus is coming back. Yes, yes, yes. Watch out! Oh! Okay. Okay. Die kann ich anscheinend nur mit dem Fokus eliminieren. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is secret. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Heftiger. Ich glaube, jetzt mal die Facecam weg, Leute. Ich glaube, das ist jetzt einfach atmosphärisch geiler. I don't know where she's trying to get to. Is there any escape? Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? Everyone's brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward because you battled. Baaah. Baaah. ... ... Okay, aufhören, neuer ist, Leute. Ah, shit. Get up, get up, get up, it's not our way, it's not our way, we can't do it, we can't do it, it's coming. Finish this, she's hurt, she won't make it. Fuck, dash meter. She's injured, she won't make it. She's injured. She's injured. Boah. Boah. Nein, ich hab doch jetzt, bin doch ausgewichen. Muss ich nochmal erst machen, öh. Boah. Do you hear the suffering Senor? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on their skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward because you banned from your curse instead of facing it. When you turned your back on the father Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Why must they pay for your heresy? Don't give up. Don't give up. Behind you? It's finished operation. Schuss! He's gone! No, she isn't. There's more! Focus now! Take him down! Stop! 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 Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Stop! It's not over! It's nearly over! Finish it! Uh! How was it? Galina! Where are you? Do you hear, Senua? Do you hear the voice of your mother, Galina? She calls me, Senua! Go to her! Answer her pitiful call! Oh! Where are you? I hope I'm here, right? I'm here! I'm here! I'm here! I'm here! I think it's the wrong way, right? Yeah, here I'm here, okay. Okay. Heftig! Heftig! Mother! I need you! I need you! Help me! I need you! Help me! You're both dead! You both surrender to the nuisance! The darkness is dead! Can you love us? She, too, had a sight! She, too, had a sight! She, too, doubted the gods and let the darkness infest her! But she didn't run! She escaped anywhere she would now! She gave her life to the gods! Heftig! Only you had done the same! The world would have been spared this horror! It's not too late! She's calling for you! Why don't you join her? Man! 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 Sie ist verletzt. Sie werden es nicht verletzt. Fortschritte! Warte! Sie sind verletzt. Sie sind verletzt. Sie können es nicht verletzt. Halt, ich will da. Was war das? Was war das? Was ist das? Was ist das? und bis dahin viel spaß auf meinem kanal